...den Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Martinelli im Vollsprint auf der linken Flanke. Die Kugel kommt, er zieht auf, da wackelt das Netz! Super! Und jetzt zielen sie davon und tschüss! Wunderbare Direktabnahme, besser kann man das nicht spielen. Ein Tor!